Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Olli mit Christina bei Let's Dance, Amira war eifersüchtig. Amira Pocher spricht offen über das Thema Eifersucht. Die Moderatorin ist Kandidatin der aktuellen Let's Dance Staffel und schlägt sich dort sehr gut. An der Seite von Profitänzer Massimo Sinato räumt sie stets Super-Jury-Wertungen ab. Dafür trainiert das Duophil und hart miteinander. Aber dabei lässt die Beauty bewusst nicht zu viel Körperkontakt zu, wodurch ihr Mann Oliver Pocher wohl nicht allzu eifersüchtig sein dürfte. Andersherum hatte es Amira jedoch teilweise gestört, wie nah Olli seiner damaligen Tanzpartnerin Christina Luft gekommen war. Das gab sie jetzt in ihrem Podcast Hey Amira zu. Im Gespräch mit Isabel Edwardson erinnert sich Amira an den Discofox-Marathon in der 12. Staffel und dabei an eine ganz bestimmte Szene, wie Olli sich da auf Christina draufgelegt hat, das war für mich eine Nummer zu viel, stellt die 30-Jährige klar. Doch die Umstände hätten ihren Ärger nur verstärkt, Amira war damals schwanger und angeschlagen. Da lag ich gerade im Krankenhaus und habe mir das ansehen müssen, erzählt die zweifache Mutter. Abschließend müsse sie jedoch zugeben, dass ihr Mann ihr nie einen Grund zur Sorge gegeben habe. Hey Guys, this is Gunsham. Welcome. Subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.